Hallo und herzlich willkommen bei unserem Primetime-Talk. Mein Name ist Kathi Karrenbauer. Mein Name ist Bernhard Schwendmann. Und wir haben für die nächste Sendung ein wunderbares Thema ausgewählt. Stalking. Vielleicht kennen Sie einen Stalker. Oder Sie sind selber mal einer gewesen und trauen sich zu uns in die Sendung. Dann melden Sie sich unter redaktion.primetime-talk.com. Wir freuen uns auf Sie.